Sexueller Übergriff im Stahlwerk. Mein Name ist Arno Schrein, Rechtsanwalt aus München und Referent der WAF. Ja, wenn Sie dieses Video angucken, denken Sie vielleicht irgendwo, Mensch, wovon handelt es denn jetzt hier? Sexueller Übergriff im Stahlwerk, was ist denn das? Ja, dieser Fall fußt auf eine Entscheidung und zwar nicht von irgendeinem Gericht, sondern von unserem höchsten deutschen Arbeitsgericht, dem Bundesarbeitsgericht aus Erfurt. Und zwar genau vom 29. Juni 2017. Ja, was ist passiert? Der Fall spielte in einem Bremer Stahlwerk, also wo so harte Jungs arbeiten, wo der Ton auch ein bisschen rauer ist. Und da gab es Arbeiter, die waren fest angestellt dort, aber es gab auch Leiharbeitnehmer in dem Stahlwerk. Ist ja nicht ganz unüblich, um Spitzen abzufangen. Na ja, nun dachte sich vielleicht, dieser Arbeiter, der dort angestellt war, erlaubt sich einen kleinen Scherz. Und ein Leiharbeitnehmer in dem Stahlwerk lief so vor ihm und dann hat er ihm plötzlich ins Geschlechtsteil gegriffen. Ja, ziemlich schmerzhaft, auch mit einer rühen Bemerkung. Dann hat der Leiharbeitnehmer das nicht so hingenommen, sondern hat sich bei dem Entleiher, wo er entliehen wurde, also bei dieser Stahlfirma, beschwert. Der Personalchef oder der Geschäftsführer hat davon Wind bekommen und hat den Arbeiter, der dort angestellt war, auch entlassen. Dagegen hat er sich gewehrt, Kündigungsschutzklage erhoben und dieser Fall ging es bis zum Bundesarbeitsgericht. Der Arbeiter sagte nämlich, das war ja ein blöder Witz, das war ja ein Scherz. Und hier im Stahlwerk, da muss man sich auch ein bisschen was gefallen lassen, wir sind ja hier nicht bei der Bank oder bei der Versicherung. Und außerdem hatte ich gar keine sexuellen Absichten. Und jetzt war die Frage, braucht man hier eine sexuelle Absicht, damit es ein Kündigungsrecht fertigen könnte oder geht das auch ohne dessen? Und das Bundesarbeitsgericht sagt in seiner Entscheidung, also auf die sexuelle Absicht kommt es überhaupt gar nicht an. Man greift hier ganz massiv in die Intimsphäre des Mitarbeiters ein und das geht einfach nicht. Natürlich muss man über Besonderheiten beachten, in einem Stahlwerk ist der Ton etwas anders als in einer Anwaltskanzlei oder bei einer Bank. Aber ins Geschlechtsteil greifen, das geht in gar keiner Branche. Und insofern war die Kündigung dann auch rechtlich zulässig. Sie sehen, meine Damen und Herren, es passieren kuriose Dinge. Vielleicht auch bei jenen, dann ist doch ganz gut, wenn Sie hier über diesen YouTube-Kanal informiert sind. Bis bald mal wieder, kommen Sie gut durch diesen Tag, Ihr Arne Schrein. Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.